Was denn? Guckt nicht so böse. Achso, man kann hier ja auch mittig sitzen. Scheiße, weil da ist keine... Ja, aber da kann das Wasser so... Ja, da kannst du ausweichen. Das fängt schon super an hier. Ah, scheiße! Oh, oh, oh! Oh, oh, ist das kalt! Mama! Die schneudern von einer Ecke zu einer. Ja, echt so? Ich bin mitgefahren. Haben die hier eine Wellenmaschine? Ja. Klopser! Du kannst auch andere hier überholen. Ja. Hoffentlich. Oh, nö. Das ist ja böse mit dem Wasserfall. Also noch lange nicht so asy wie im Walibi, aber... Ja. Das war wirklich Endgegner, dieses Rafting. Das ist ja auch krass, das im Walibi. Och, nö. Komm, dreh dich doch. Ja. Ja. Wir überholen vielleicht sogar. Ja. Wir überholen vielleicht sogar. Tatsache, wir überholen. Ja. Siehst du, da hab ich gut gefehlt. Ja. Doink! Ach, nö. Oh, nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Böse, 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 böse! Hau ab, hau ab, hau ab! Da! Oh, oh! Oh, 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 oh! Nee, das... Nein, 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 nein! Ih! Oh Gott, sie hat's voll erwischt. Hallo, wie wär's mal mit drehen? Hallo? Ja, schön. Genau, so kann's bleiben. Das find ich super. Juh! Das sind diese Assi-Dinger, die hier so spucken, wenn du die Hand reinhältst. Ja, ja. Aber ist keiner da. Hi! Au! Ach, nö, jetzt in der Warte. Nö. 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 Ist keiner da, der auf die Hand spuckt. Was kommt denn jetzt? Die haben so viele Boote hier. Ja. Ja, ich weiß. Ja, aber die haben so viele Boote hier drin. Voll krass. Hast du schon nach der Wartezeit für den fliegenden Hollanderer geguckt? Reibkegel! Hui! Hallo, hallo, äh, Entschuldigung? Ah! Scheiße! Oh, Gottes Willen. Gott sei döner. Nein! Alter, Vater, was ist das denn? Nein! Was soll das denn jetzt? Ah! Alter! Noch eine Wellmaschine? Ja. Ah! Ah! Ach, nö. Was soll das denn jetzt? Einmal Päuschwert. Guck mal, hier können die Boote stauen. Oh, nö. Hallo, 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 hallo. Ah! Mein Arsch ist nass. Äh! Hallo, äh! 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 Ah, da ist ein On-Ride-Foto! Reibkegel! Au! Uiuiui! Noch mal. So, und jetzt smilen. Ich hoffe, du hast es heute, ne? Nein, ich habe mir so bis auf die Seite gedacht, jetzt wird das hier. Nein, bitte drücken sie hier. Bitte nicht drücken. Okay, die lösen wohl automatisch aus. Das musste jetzt sein. Das musste sein, aber das war gut. Ich habe jetzt die ganze rechte Seite, wenn wir jetzt nass. Ja, Junge, das war gut. Ne, ist eine schöne Anlage. Ich finde, die macht auch Bock. Ja, doch, also ist auch lang. Also man muss zwar sagen, noch immer, weil die von diesen normalen Raft-Bratting-Anlagen sind so die Arschloch unter den Arschlöchern. Aber die hier gefahren. Du bist Popeye noch nicht gefahren. Popeye ist auch richtig Arschloch. War nicht in Europa. Ja, in Europa nicht, ne. Da ist fahr die wie so Arschloch. Das ist richtig. Und River Quest. Ja, River Quest ist aber, ich finde, River Quest ist kein klassischer... Ne, ist kein klassisches Rafting. Ja.